Hans und Gruß sind so grüßt man gut Freunde und damit begrüße ich natürlich ganz herzlich wieder alle, die eingeschaltet haben und die sich das hier antun wollen. Das heutige Gedicht trägt den Titel, wie ihr sicherlich schon am Videotitel bemerkt habt, Lucifer. Und da will ich nicht viel drum herum reden, hört's euch an. Lucifer Der Teufel wandelt auf der Erde unter dem Menschengeschlecht, getarnt als einer dieser Erde, man glaubt die Kopie sei echt. Doch trügt das Bild nur im Schein, denn von seiner Absicht muss er per se böse sein. Und hatte er einen im Feld seiner Sicht, so stürzt er sich erbärmungslos auf ihn und treibt ihn in den Wahnsinn. Auch ein Mann mit höchster Disziplin wird dem nicht erinnern. Er ist Meister seiner Exekution und ist man Opfer seiner List, fällt man in das Verderbnis seiner Fiktion. Man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Der Teufel ist des bösen Herrn und ersetzt sich nach seiner Lust. O du diabolischer Lucifer, sag mir, warum du uns quälen musst. Nun, wie ihr sicherlich gemerkt habt, dreht sich auch dieses Gedicht wieder um Verwirrung und Verwandlung. Und somit habe ich natürlich versucht, wenn man Lucifer anspricht, auch gewisse Sachen anzusprechen, die man mit ihm zwangsweise verbindet. Kopie, Schein, Wahnsinn, List, Fiktion, das sind die Sachen, auf die ich mich versucht habe zu konzentrieren in diesem Gedicht. Und ich wollte einfach Lucifer beziehungsweise den Teufel darstellen in seiner oder beziehungsweise in vielen seiner Formen, in der er auftritt. Sprich, wir als Menschen haben den Teufel ja in vielen Weisen dargestellt. Am meisten wird einem allerdings bekannt sein, dass der Teufel so in Form eines Satyrs, sprich mit Hörnern, Hufen und rot gefärbt und so weiter, also ein bisschen wie so ein Bock oder so ein komischer Waldgeist. Und diese Form ist allerdings nicht die einzige, die ihm zugetragen wird. Vor allen Dingen auch in der neueren Kunst, sprich mit in vielen Filmen oder auch in so manch einem Klatsch oder auch guten Roman, findet man den Teufel immer wieder als Anwalt, als Ehegatten, als, ja sogar als rechtschaffenden Menschen. Wie, sprich zum Beispiel, in den Simpsons ist Ned Flanders der Teufel. Also sprich, das unglaublichste Gegenstück zu dem Bösen ist anscheinend das Böse. Der Teufel ist immer näher, von dem man es am wenigsten erwartet. Und dementsprechend muss man immer auf der Hut sein. Denn der Teufel versucht, oder die Motivation des Teufels ist ja, sich zu erheben über andere. Sprich mit dieser Geschichte des Vätern, also des Engels, der sich, oder des Halbgotts, genau, in der griechischen Mythologie des Halbgotts, der sich versucht, eben auf göttlicher Ebene darzustellen und dann allerdings, naja, kläglich scheitert und fällt. Das kann man auch mit Daedalus darstellen. Das kann man aber auch eben dann, sprich mit diesem Erzengel darstellen, der der Teufel ja vorher war, die sich alle versucht haben, irgendwie zu erheben, daran allerdings gescheitert sind und dann dementsprechend abstürzen. Bekanntes Gemälde, da haben wir zum Beispiel zu erwähnen, das Ruben, also der Engelsturz von Ruben und ganz viele andere haben das auch gemacht. Ist auch über die Jahrhunderte immer wieder ein Motiv gewesen, was immer gerne verwendet wird. Und so ist natürlich der Teufel jetzt ganz unten gelandet. Allerdings geht es ihm da auch nicht gerade schlecht, denn wie er nun mal definiert ist, ist er per se böse, sprich der Herr der Hölle und der Baron des Bösen. Und damit hat er natürlich ein Monopol auf alles Schlechte. Jetzt kann man sich natürlich immer wieder fragen, ob, wenn Gott oder etwas Göttliches, die Personifikation, ja gut, von der Personifikation ist schwer zu reden, weil Gott ja nicht unbedingt eine Person ist, aber wenn man, ich sag jetzt einfach mal, wenn Gott eine Person, die Personifikation von dem Besten, von dem Höchsten, von dem Größten, von dem... Schlechthin das Nonplusultra Positive ist, ist Luzifer, der Teufel, der Diabolische und so weiter, ist das dann genau das Umgedrehte? Denn, wenn man zum Beispiel mal Diabolos, ist ja Griechisch, wenn man das mal übersetzt, ist das wortwörtlich der Verwirrer, der Umdreher, der Umwerfer, der Faktenverdreher, so könnte man auch übersetzen, ist dann dementsprechend der Teufel des Nonplusultra des Bösen oder des Schlechten. Und wenn sie das sind, sind sie dann auf einer Ebene, haben sie beide eben die gleichen Fähigkeiten im Rahmen ihres, im Rahmen ihres positiven oder negativen Daseins und würde das dann nicht zum Beispiel die Allmacht Gottes angreifen, wenn man sagt, ja, er ist nur mächtig in seinem Rahmen, weil eine Allmacht ja davon ausgeht, dass sie auch überall, überall mächtig ist und dementsprechend hat der Teufel immer noch, obwohl er schon seit Jahrtausenden überall dargestellt wird, beziehungsweise überall thematisiert wird, immer noch diese Fragestellung, die mit der Theodizee eingeht, was ist jetzt eigentlich der Teufel? Und vielleicht ist es ja sogar der Sinn des Teufels oder vielleicht ist es ja sogar die Überlegung oder der Trick des Teufels, dass man sich schon seit Jahrtausenden überlegt, wer er überhaupt ist. Und vielleicht ist er ja sogar gerade unter uns. Tja, jetzt habe ich euch viel oder ein bisschen wenig über den Teufel erzählt und, naja, vielleicht seid ihr ja selber Teufel und gebt deswegen einen diabolischen Daumen runter oder ihr verdreht die Fakten und gebt einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn irgendwie Resonanz rüberkommt und, naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, die Linke zum Gruß, euer Literatio.